Hallo liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Ihr seid gerade auf unserer Seite zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Halleluja. So Herr, danke für diesen Moment, danke für dein Wort und danke Joshua Maschia, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir dein Wort weiter verkündigen dürfen. Danke Herr, im Namen Joshua Maschia. Amen. So, ich habe also ein Thema heute. Ich möchte gerne über die Versöhnung mal teilen. Aber bevor ich also in dieses Thema gehe, ein paar Informationen. Wir hatten also ein ganz schönes Meeting im Team, also von zurück zum Wort. Und der Herr möchte einfach, dass wir eine gewisse Ordnung bringen, weil wir leben in einer Zeit, wo viele, wie sagt man das, viele Durcheinander gibt. Und der Herr möchte also eine gewisse Ordnung bringen, damit wir nicht über die Grenzen, die er uns gegeben hat, gehen. Und damit wir auch richtig sein Werk tun können. Es geht um sein Werk. Es ist sein Werk. Es ist nicht unser Werk. Halleluja. Also bei zurück zum Wort, ihr müsst schon wissen, liebe Geschwister, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Auf dieser Seite geht es um die Verkündigung des Evangeliums von Joshua Maschia. Also er ist das Zentrum. Er ist unser Elohim, unser Gott. Und alles, was hier auf dieser Seite geschieht, oder was diese Gruppe, also auf dieser Seite geschieht, geht es um Joshua Maschia. Also Zweck, also von zurück zum Wort, Zweck ist einfach zurück zu Joshua Maschia. Die Verkündigung des Evangeliums von Joshua, aber zuerst hier in Deutschland. Also unser Fokus ist erstmal das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums hier in Deutschland. Natürlich können wir in anderen Ländern auch das verkündigen, aber der erste Fokus ist in Deutschland und dann in anderen Ländern. Halleluja. Und für die Verkündigung des Evangeliums, wie wir das also in unser, also das Ziel für die Verkündigung des Evangeliums gehört, gehört also für, wie soll ich das sagen, zum Beispiel, also Verkündigung durch diese Seite zum Beispiel, diese Seite www.zurückzumwort.org, da verkünden wir das Evangelium von Joshua Maschia. Wir haben auch andere Aktivitäten, wie kostenlose Verteilung von Bibeln und christlichen Schriften, Büchern und so weiter. Ihr könnt auch schon, also auf dieser Seite, zurück zum Wort, gibt es auch ein paar Artikel, ein paar Sachen, die der Herr uns also gegeben hat und das geben wir auch weiter. Es gibt Bücher, die wir auch übersetzt haben, die auf Deutsch sind. Ziel, also nochmal, Ziel ist also die Verkündigung des Evangeliums in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland und in andere Länder. Wir wollen also jetzt nicht über die Grenze, nicht über die Grenze, was der Herr uns gegeben hat, also gehen. Wir wollen zurück zum, was den Herrn uns gegeben hat. Halleluja. Und deswegen, wenn wir, zum Beispiel, ich habe es schon gesehen, also zurück zum Wort, also haben wir die Aktivitäten, Milulu Milulu Projekte und so weiter, die in Kongo sind, also Milulu Milulu Vision. Und wir werden jetzt, es wird jetzt also eine Seite für Milulu Milulu aufgestellt und dann, da die Aktivitäten von Milulu Milulu mehr in Kongo sind, also werden wir, also diese, die Seiten, also trennen, es wird also eine Internetseite für Milulu Milulu geben und zurück zum Wort wird sich also wie immer für das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums hier in Deutschland und in anderen Ländern natürlich, aber auch Fokus in Deutschland kümmern. Halleluja. Und das ist, was ich also zuerst verkünden möchte. Also, ihr werdet, also in ein paar Wochen, ein paar Tagen, werden wir die Informationen für die Aktivitäten, für die Witwe, es wird also eine Internetseite nur für die Witwe und für diese Aktivitäten geben und ein Konto, also auch nur für diese Aktivitäten und die Leute, die gerne, es wird auch ein Team, also ein bestimmtes Team geben und das Team also wird sich dafür kümmern und die, die auch diese Vision empfangen haben, werden also in diese Richtung arbeiten. Aber zurück zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach, werden wir uns, werden wir also unseren Fokus für Deutschland legen, weil das ist genau, was der Herr ganz am Anfang von dieser Vision gegeben hatte und dafür wollen wir uns jetzt konzentrieren. Halleluja. So, ich möchte über ein, also ein Thema, gehe jetzt also an ein Thema, das Thema geht, es geht um die, um die Versöhnung. Halleluja. Gehen wir mal also in die Bibel, Bibel in 2. Korinther, Ah, stimmt schon, also 2. Korinther, 2. Korinther Kapitel, Kapitel 5, ab Vers, lesen wir also ab Vers 17. Halleluja. Vers 17. Darum ist jemand, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Halleluja. Also, das ist also ein Vers, diese Vers geben wir, viele Christen kennen das schon und es ist meistens, es wird am meisten erwähnt, also wenn jemand Christ geworden ist, also hier steht ganz klar, wenn jemand ein Christ geworden ist, das Alte, also er ist eine neue Kreatur, er ist also ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen und er ist, also alles ist neu geworden. Halleluja. Aber im Vers, also Vers 18 steht, aber das alles, aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesus Christus, durch Joshua Maschia und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Also, Joshua hat uns also mit Gott, also die Bibel sagt hier, er hat uns mit Gott versöhnt, also die Versöhnung. Was bedeutet die überhaupt also Versöhnung? Versöhnung, geben wir mal, also wir können also in Google gehen oder wir sehen hier also erstmal, aber Jesus hat uns, dass die Versöhnung predigt, also er hat, also dass wir die Versöhnung predigen. Und in Vers 19, bevor ich also Versöhnung, die Definition gehe, Vers 20, denn Gott war in Christo, also steht Christo hier, weil das also in Luther Version ist, und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott vermahnt durch uns, so bieten wir nun an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Also wir sind Botschafter von Joshua Maschia und wir haben auch diesen Dienst der Versöhnung bekommen. Es ist also ein Dienst der Versöhnung. Joshua Maschia hat uns also mit Gott versöhnt, also Gott war in ihm und hatte uns also mit Gott versöhnt. Also warum? Weil wir getrennt waren durch die Sünde und er hat uns also mit dem Herrn versöhnt. Also wenn ich also die Bedeutung, die Definition von Versöhnung gebe, geben wir das, also das kann man schon also hier in Google geben, versöhnen. Versöhnen bedeutet mit jemandem, ich mache das jetzt ein bisschen größer, hier sieht man, versöhnen bedeutet mit jemandem nach einem Streit wieder Frieden schließen, sich vertragen. Das ist also was Versöhnen bedeutet. Also das heißt, es gab also eine Situation, wir sind im Streit und dann gibt es also keinen Frieden mehr und durch die Versöhnung die Leute schließen, also haben Frieden und vertragen sich wieder. Also die zweite Bedeutung von Versöhnen, zwei miteinander im Streiten liegende Personen oder Parteien veranlassen, sich zu vertragen, Frieden zu schließen. Das ist also was Versöhnung bedeutet. Also ich sehe hier, Google gibt es also noch ein paar, was heißt Versöhnung? Ich lese mal also hier nochmal, also diese Bedeutung von Versöhnung heißt Frieden schließen. Ihr seht schon, also es kommt immer dieser Begriff, also Frieden, Versöhnung heißt Frieden schließen nach einem Streit oder Konflikt. Also es gibt also einen Konflikt und dann schließt man Frieden, Alleluja, Alleluja. Also das bedeutet also, wir sind also in einem Konflikt, wir haben also Probleme gehabt. Also der Herr sagt hier in 2. Korinther Kapitel 5, dass wir, dass er uns, er hat uns also mit dem Herrn, mit Gott, also Gott war in ihm und hatte uns also mit ihm versöhnt. Also wir waren also in der Sünde und wenn wir Joshua Maschia als Herr annehmen, dann wird er uns also, wir werden also versöhnt, wir schließen ein Frieden. Halleluja. Deswegen steht also in Hebräer Kapitel 12, Vers 14, steht da drin, jagt den Frieden. Also jagt also den Frieden. Ich gehe lieber also in diesen Vers, bevor ich also wieder einen Schmarrn erzähle. Es ist mir schon mal passiert, also dass ich einen Vers gebe und ich meinte was Bestimmtes und dann bin ich also woanders, wie letztes Mal, sagt sich also Epheser Kapitel 5, also Kapitel 14, 11, aber ich meinte Kapitel 5. Also reden wir lieber direkt also in Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12, also Vers 14, Halleluja. Da steht also, jagt nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung. Also jagt nach dem Frieden. Aber liebe Geschwister, wir müssen erstmal Frieden mit dem Herrn schließen, weil wenn wir in der Sünde leben, dann sind wir schon in Konflikt mit ihm. Wir sind in Konflikt und Joshua Maschia hatte uns also mit dem Herrn. Die Bibel sagt also, Gott war in ihm und durch das Kreuz, durch also was er getan hatte, er hat uns also mit dem Herrn, mit dem Vater versöhnt. Wenn wir, wenn jemand, wenn jemand Frieden mit dem Herrn schließt, also wie passiert das? Also diese Person bekennt seine Sünde und sagt, Herr, bitte vergib mir, vergib mir für was ich getan habe und ich kehre zurück, ich komme zurück, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Ich schließe Frieden mit dir. Es gab also einen Konflikt, wir haben uns also nicht verstanden und jetzt bin ich da. Ich bin da. Ich habe gesündigt. Ich habe was Falsches getan. Ich komme zu dir. Bitte vergib mir. Und dann gibt es also die Versöhnung. Halleluja. Halleluja. Dann gibt es die Versöhnung. Lieber Geschwister. Die Bibel sagt also, vielleicht muss ich also eine andere Version, also ich bin hier in Luther. Ich nehme mal, nehmen wir mal so eine, hier in Bibelserver. Halleluja. Zweite Korinther, also nicht Luther-Version, nehme ich also zum Beispiel Schlachter, die Schlachter-Version, Bibel. Und dann in 2. Korinther, Kapitel 5, nochmal, lesen wir das nochmal in einer anderen Version, nehme ich also die Luther weg. Halleluja. Nehme ich die Luther weg. Halleluja. Neue Schöpfung. Wow. Eine neue Kreatur. Das Alter ist vergangen. Das Alter ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das bedeutet, wir waren in einem Konflikt mit dem Herrn. Wir haben uns, wir haben Frieden geschlossen. Wir haben gesagt, wir sind zum Herrn gekommen und haben gesagt, Herr, bitte vergib uns. Aber er hat uns also durch sein Wort, durch sein Geist erstmal die Sünde gezeigt und wir haben erkannt, also dass wir in der Sünde gelebt haben und dann haben wir Frieden mit ihm geschlossen. Und wenn wir also diese Friede mit ihm also schließen, dann werden wir neue Kreaturen. Das Alter ist vergangen, dann werden wir eine neue Schöpfung. Und er sagt also, die Bibel sagt hier in Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also er hat uns diesen Dienst der Versöhnung, liebe Geschwister. Das bedeutet, wir auch. Er hat uns diesen Dienst gegeben. Wir sind Botschafter von der Versöhnung geworden. Ein Christ ist also ein Botschafter der Versöhnung. Ein Christ, also ein Kinder des Herrn, überall wohin er geht, er bringt die Versöhnung. Er ist nicht da, also die Versöhnung zwischen dem Teufel, also es geht nicht um die Versöhnung zwischen dem Teufel und dem Herrn. Nein, zwischen den beiden herrschen. Es herrscht also ein Krieg. Also dieser Krieg wird immer herrschen, weil der Teufel also böse ist. Er ist böse von Anfang an, also er ist böse und er bleibt böse. Und die Bibel hat schon also gezeigt, wo er landen wird. Er wird also in ewige Feuer landen. Es wird keine Versöhnung zwischen Gott, zwischen Joshua, Maschia und dem Teufel. Aber hier geht es um die Menschen, die Joshua, die der Herr, auf diese, also die, also wie sagt man das so, seine Menschen, seine Leute, die in der Sünde gefallen sind, die in der Sünde leben. Der Herr will, dass diese Menschen sich mit ihm versöhnen. Halleluja. Und da steht also, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete, liebe Geschwister. Er hat nicht, wie sagt man das so, ja, ihr habt gesündet, wir haben gesündet, aber ich lasse eure Sünde, ich weiche eure Sünde weg. Kommt einfach zu mir. Ich bin derjenige, ich bin der Retter. Ich bin eure Retter. Das ist also diese Versöhnung. Und das Wort der Versöhnung in uns legte. Er hat auch dieses Wort der Versöhnung in uns. Diese neuen Schöpfungen, diese neuen, die Leute, die ihn anbeten, die Leute, die ihm folgen, haben auch dieses Wort der Versöhnung bekommen. Also, wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, dass er ein Christ ist, dass er an Joshua, Maschia, glaubt, dass der Geist des Herrn in ihm lebt, diese Person muss immer die Versöhnung bringen. Er bringt auch Versöhnung zu den Menschen. Und deswegen sagt die Bibel, so sind wir nun Botschafter, Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lass uns versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft. Das ist wie als Botschafter des Herrn. Wir müssen auch die Versöhnung bringen. Wenn es also ein Konflikt zwischen Gott und den Menschen, wir bringen diese Versöhnung. Wir kommen und sagen, hey, liebe Geschwister, Joshua, Maschia, will sich also mit euch versöhnen. Halleluja. Ein Kind des Herrn bringt die Versöhnung. Ein Kind des Herrn versucht also Konflikte, Konflikte zu stoppen. Ein Kind des Herrn versucht also die Konflikte, also wie sagt man, die Kriege zu stoppen, damit die Leute sich versöhnen mit dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Hier geht es um die Versöhnung zuerst. Alles. Es ist so wichtig. So wichtig, liebe Geschwister. Die Versöhnung mit dem Herrn. Aber es geht, es hört nicht da. Es hört nicht nur da. Guck mal, die Bibel sagt also in Matthäus Kapitel 5, Der Herr sagt also in Matthäus Kapitel 5, wir sind Friedenstifter. Ach, Halleluja. Halleluja. Gesegnet, oder? Oder Kapitel 5. Ich gehe mal, Joshua, Maschia. Matthäus Kapitel 5. Ich glaube, das ist also in Vers 9. Genau. Glückselig sind die, die Frieden fertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wow. Die Söhne des Herrn, die Kinder des Herrn sind Leute, die Frieden bringen. Und die Bibel sagt also, glückselig sind sie. Das heißt sogar, wenn es ist eine Versöhnung zwischen Menschen, in einer Familie, in einer Gemeinde, in irgendwo, sogar zwischen den Menschen. Die Kinder des Herrn versuchen immer die Versöhnung zu bringen. Die Konflikte zu stoppen. Die sind nicht da, damit die Menschen, damit die Konflikte wieder größer und größer und größer werden. Nein, 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 nein. Kinder des Herrn, die Leute, die den Heiligen Geist bekommen haben, die Leute, die Joshua, Maschia folgen, die Leute, die diese Botschaft der Versöhnung bekommen haben, bringen Frieden. Halleluja. Halleluja. Darum, darum sagt die Bibel, dass wir Frieden jagen müssen. Darum. Die Bibel sagt sogar in Römer, dass wir, solange, solange, dass wir, wie sagt man das, solange es auf uns liegt, wir sollen Frieden suchen. Halleluja. Römer Kapitel, also ich glaube in Römer Kapitel 12, ich müsste das auch suchen, Römer Kapitel 12. Ah, Halleluja, Halleluja. In Römer Kapitel 12, ja genau, Römer Kapitel 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Warum? Warum? Solange es also auf unserer Seite liegt, solange wir es können, wir sollen Frieden bringen. Menschen Konflikten stoppen, Menschen, die die Konflikten einfach stoppen. Geht zu dieser Person, geht und versucht also die Versöhnung zu bringen. Rächt euch nicht selbst, nein, nein, wir sind nicht da, also uns selbst zu rächen. Die Bibel sagt also, Geliebter, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja. Unser Herr ist der Herr der Versöhnung. Das heißt sogar, wenn wir beide, etwa, wir verstehen uns nicht, wir sind in einem Konflikt. Es gibt also ein Problem zwischen uns beiden, wir bringen das Wort, wir bringen Joshua, Maschia in die Mitte, wir bringen unsere Liebe, die Liebe, die so stark ist. Und deswegen sagt die Bibel, wenn nun dein Feind, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, also sogar dein Feind, sogar dein Feind, bringt ihm was zu essen. Das bedeutet, du versuchst dich also mit der Person zu versöhnen. Du versuchst also diesen Konflikt wegzuradieren, zu löschen. Warum willst du weiter in diesem Konflikt bleiben? Warum willst du weiter in diesen Problemen, in diesen Kämpfe bleiben? Bist du ein Kind des Herrn? Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von Bösem überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute, weil wir Kinder des Herrn sind. Wir bringen Frieden, glückselig sind die, die Frieden bringen. Glückselig sind wir, wir sind Botschafter der Versöhnung. Kinder des Herrn, Halleluja, Halleluja. Es hat so viele Kämpfe zwischen Leuten, zwischen Geschwistern, zwischen... Ich hatte schon mal, ich war, wir waren also auf einem Gebetstreffen, ich hatte also eine Geschichte, kurze Geschichte erzählt, wo der Feind, der Teufel sagte ganz klar, ich will dir zeigen, was das bedeutet, mich zu verlassen. Und ich konnte sehen, er ist also in der Mitte von Menschen gekommen. Und dann ist er raus aus dieser Gruppe. Und die Menschen in dieser Menge haben angefangen, sich also mit Messern zu stechen und so. Die haben sich also verletzt und wehgetan und, und, und. Ist das, was der Herr von uns will? Ist das, was der Herr von uns will? Die Bibel sagt also, ich komme wieder also mit diesem Vers, Epheser Kapitel 5, diesmal also sage ich es so richtig, 10 bis 11. Wir haben nichts also mit, wir kämpfen, wir müssen also die, wie sagt man also, das Böse, die Böse, die Werke des Finsternis, die Werke des Finsternis müssen wir aufdecken. Wir sollen nicht also damit zu tun haben. Wir sollen uns also nicht mit Werken des Finsternis identifizieren, sondern sie aufdecken. Die Böse werden, die Werke des Finsternis. Aber dass wir uns jetzt also richtig wehtun und verletzen und schlachten und töten und, 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 und so weiter, so wird es nicht weitergehen. Das ist nicht die Botschaft, was Joshua Maschia uns gegeben hat. Joshua will, dass wir die Menschen lieben, dass wir uns also lieben. Halleluja! Halleluja! Recht euch nicht! Wenn jemand euch also selbst, wenn jemand etwas getan hat, wir sollen uns nicht also selbst rechnen. Nein! Joshua! Und die Bibel sagt also, solange es möglich ist, solange es möglich ist, so viel an uns liegt, so halten wir mit allen Menschen Frieden. Halleluja! Das ist die Versöhnung, weil wir diese Botschaft bekommen haben. Und deswegen, wenn, 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 es steht so viel da, wenn ich sage, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, aber zurück zu Joshua, das ist die Versöhnung. Das ist die Versöhnung. Diese Botschaft hat uns Joshua gegeben. Das ist es, was die Christen, die Kinder des Herrn, tun müssen. Die versuchen, die Menschen mit dem Herrn zu versöhnen, durch das Evangelium. Die Verkündigung des Evangelium. Joshua Maschia, bitte vergib uns! Joshua, vergib uns! Wir tun nicht mehr das Wort des Herrn. Wir wollen nicht mehr nach dem Wort des Herrn leben. Und wir sagen die ganze Zeit Herr, 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 Herr. Aber die Bibel sagt ganz klar, An dem Tag, werdet ihr sagen, wir haben das für dich getan, wir haben das für dich getan, wir haben das für dich getan. Und ich werde sagen, weiche weg von mir, ihr Übeltäter! Warum? Warum? Wir können so viele Werke tun, wir können so viele Sachen erledigen, wir können so und so und so und so viele Dinge tun, Aber was ist mit der Botschaft der Versöhnung? Was ist mit der Botschaft der Liebe? Was ist mit der Botschaft des Evangelium? Die gute Nachricht, das ist es, das Evangelium. Die gute Nachricht. Dass der Mensch in Konflikt mit dem Herrn ist Und nur Joshua, Mashiach, kann ihn retten. Dass die Menschen gerade in Konflikt sind und die sollen in Frieden leben, Frieden mit dem Herrn. Und sogar, wenn es zwischen zwei Menschen gibt. Wir sollen alles tun, wir sollen versuchen, die Leute zu versöhnen. Solange es auf unserer Seite liegt. Solange wir die Kraft dafür haben. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann lassen wir Gott es tun. Deswegen sagt er in seinem Wort, wir sollen uns nicht rächen. Die Rache gehört Yahweh. Es gehört Yahweh. Ach, Joshua. Ach, Joshua Mashiach. Wir müssen Buße tun, liebe Geschwister. Alle, alle, alle. Wir müssen Buße tun. Buße. Buße. Das ist also, was wir erstmal tun müssen. Bevor wir sagen, ja, wir haben diese Botschaft der Versöhnung. Die Botschaft der Versöhnung geht es darum, dass die Menschen sich mit dem Herrn versöhnen. Halleluja. Die Botschaft der Versöhnung ist, dass wir Frieden bringen. Frieden in eine Ehe. Frieden in eine Familie. Frieden zwischen Vater und Kind. Halleluja. Oh, Halleluja. Der ergibt mir also nochmal so ein Vers. Also ich wollte schon, ich wollte schon stoppen. Guck mal also in Lukas Kapitel 1. Guck mal in Lukas Kapitel 1. Also diese Botschaft, also dieser Dienst, also von Johannes, der Teufel. Also Lukas Kapitel 1, also Vers 17. Alles sowas. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter, um zu wenden zu den Kindern. Ist das nicht die Versöhnung? Ist das nicht die Versöhnung, die Herzen der Väter, um zu wenden zu den Kindern? Und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten? Ist das nicht die Versöhnung, liebe Geschwister? Dieser Vers sagt viel. Das ist die Versöhnung. Sogar Johannes, der Teufel, hat er auch diese Botschaft der Versöhnung bekommen. Er sollte also den Weg bereiten, aber wie? Die Herzen der Väter, also die Herzen der Väter, Gesinnung, also zu Herzen der Kinder, zu versöden. Frieden zu schließen. Damit sie zum Herrn sich umkehren. Alleluja. Alleluja. Und was machen wir? Was machen wir? Herr, vergib uns. Vergib uns, Hiroshima-Maschia. Vergib uns. Vergib uns. So kann es nicht weitergehen. So nicht. Alleluja. Herr, danke. Danke für dieses Wort. Ich bitte nochmal um Verzeihung, Hiroshima-Maschia. Ich bitte um Verzeihung. Sogar die Menschen, die ich, William, selber verletzt habe, durch meine Wörter, durch meine, keine Ahnung, wie in irgendwelchen Sachen, bitte ich, bitte, ich bitte um Verzeihung. Vergib mir. Vergib mir, Hiroshima-Maschia. Unser Ziel sollte also die Menschen zu dir zu bringen. Zurück zum Wort, zurück zu Hiroshima-Maschia. Zurück zu dir. Herr, bitte vergib uns. Vergib uns. Diese Botschaft der Versöhnung haben wir bekommen. Weil du, du hast uns also mit dir versöhnt. Wir waren im Konflikt, in der Sünde. Und es passiert so oft, so oft, so oft. Aber du liebst uns so sehr, Hiroshima-Maschia. Deine Liebe ist so groß. Und du streckst immer deine Hände zu uns. Herr, bitte vergib uns. Im Namen Hiroshima-Maschia. Amen. 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 Vielen Dank.